Heyo, hier ist Ronja und wir spielen heute YouTuber Tycoon, denn wir sind beide YouTuber. Wir kennen uns hervorragend aus mit der Materie, deswegen sollten wir hier auch, denke ich, keine Schwierigkeiten haben, oder? Easy. Yeah, auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Okay, let's go. Dann, äh, mein Tycoon ist dieser hier. Steht ja auch da, ein richtig Ronjas Tycoon. Und ich werde hier die meisten Subscriber sammeln und das meiste Geld verdienen, was man sich nur vorstellen kann. Wir starten den ersten Dropper holen, Ronja. Okay, mein erster Dropper. Zack, zack. Der droppt mir Abonnenten. Der droppt mir Abonnenten. Nein, nein, der droppt mir Money. Und mit dem Money kann ich mir dann Abonnenten kaufen. Jeder weiß, so funktioniert YouTube. Yeah, zwei Leute. Okay, 25. Ich muss hier nochmal kurz abwarten. Zack, 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 hier sind 20. Und wenn das Paket durch ist, dann haben wir... Aber vielleicht kannst du die Gaming-Coupit oder so kaufen. Oh ja, vielleicht. Ich brauche ja erstmal ein bisschen Geld, damit ich dann meine ersten Videos hier erstellen kann. Uh, der hier bringt 25. Das ist natürlich ein großes Upgrade. Und das nächste kostet 300. Oh ne, Computer, 50. Äh, 100. 100 Dollar kostet ein Computer. Yeah, ich habe ihn mir auch gekauft. Du hast den Computer schon? Ja, Recording, Editing. Recording, Editing. Okay, okay. Hier ist mein Computer. Zack. Du kannst dich da dran setzen und... Ich kriege momentan 0 Subs pro Sekunde. Recording, Editing. Editing, Recording, Recording, Editing. Oh, das wird ein Banger-Video bei mir. Ich habe hier Rot, Blau und dann noch ein bisschen Grün. Yeah. Boah, jetzt kriege ich 10 Subs pro Sekunde. 15. 15. Ich wünschte, ich würde 15 Subs pro Sekunde kriegen. Das wäre wirklich viel. 20 kriege ich jetzt schon. Oh, ich kann mir jetzt schon ein Bett kaufen. Das kann man leider erst auf 250 Abonnenten. Ich hoffe, das verstehst du. Vorher geht es selbstverständlich nicht, weil Schlaf ist für die Leute, die hier keine Abonnenten haben. Die müssen dann erst mal ein bisschen arbeiten. Vielleicht kann ich mich ja an deinen PC setzen und so ein bisschen für dich editen. Und ein bisschen Videos aufnehmen, ein bisschen schneiden. Soll ich mal probieren, ob das geht? Ich kann dir ja editen. Ja, aber du probier mal. Probier mal. Stimmt, du kannst editen. Äh, nope. Geht leider nicht. Ach, schade. Okay, dann muss ich hier selber arbeiten. Aber es sieht cool aus, dein Tycoon. Schön rosa alles. Dankeschön, dankeschön. Deiner ist sehr blau. Wie geht der drüben, Herr Blicke? Ich sehe, wir sind hier Häuser der offenen Wände. Ich kaufe mir jetzt hier einen Upgrader, denn ich habe große Mengen an Geld verdient mit meiner Cash-Maschine. Oder wie man sie auch nennen möchte. Ja, ja, ja. Jeder YouTuber hat sie zu Hause. Also ihr seht die wahrscheinlich gerade nicht, weil ich keine Facecam habe, aber hinter mir auch so eine Cash-Maschine. Die ist da und ne, arbeitet die ganze Zeit. Ein kleiner Block voller Geld nach dem nächsten. Ist auf meinem Band. Und ich kriege hier 125 Subs pro Sekunde, Isi. Ich bin quasi super berühmt schon. Ja, ich habe schon 9000 Subscriber. Hier 10.000 habe ich schon. Okay, ich update jetzt meinen Computer mit den 10.000, die ich habe. Du hast 10.000 Subscriber schon? Oh mein Gott. Und ich habe 4.000 Cash-Moneys. Kann mir dafür eine Wand kaufen. Und was auch immer das ist. Und noch ein Dropper. Nee, kann ich nicht. Ich glaube es nicht. So reich bin ich nicht. Nein, noch nicht. Habe ich mich ein bisschen übernommen. Werd ich gar nicht lügen. Aber der Dropper kostet nur 2500. Ich bin kurz davor. Jetzt. Zack, zack. Und dann gibt es hier noch einen Dropper für extra Cash. Und dann muss ich... Tut mir leid. Ich weiß, du bist hier zu Besuch. Aber ich muss hier weiter aufnehmen unter... Ich komme hier nicht weg, Ronja. Ich weg, ich verkaufe. Eigentlich voll gut zum Joggen. 400 Subs pro Sekunde. Stell dir mal vor. Das ist eine Menge. Stell dir mal vor, du kriegst jede Sekunde einfach 400 Subs. Du kannst dir langsam mal Wände kaufen, wenn du möchtest. Ich habe doch Wände. Wir warten 8000 Geld auf dich. Oh mein Gott. Okay, ich kaufe mir Wände. Abgemacht. Hier. Zack. Wände. Und ich kann hier noch ein Fragezeichen. Was Mysteriöses kann ich noch kaufen. Oh yeah. Ein Schwert. Ich werde nicht für 100.000 das nächste Mysteriöse kaufen. Nein. Hi Ronja. Du darfst mich verteidigen. Und ähm... Darf ich da? Ja. Es steht dir frei, mich zu verteidigen. Oh, ich kann hier mal einen silbernen Playbutton kriegen. Was bringt mir mehr? Wahrscheinlich das Bett, damit ich ordentlich schlafen kann. Au, hast du mich gehauen? Was? Nein, wieso? Ich glaube schon. Hier, Bücherregal. Zack. Gar nicht gehauen. Gut angegriffen. Ich hatte rot. Oh Gott, ich habe schon wieder 10.000. Wohin mit dem ganzen Geld? Vielleicht solltest du dir eine Ownertür kaufen, Monja. Vielleicht möchte ich mir keine Ownertür kaufen, Izzy. Weil ich... Wenn ich niemand mehr reinkomme, der dich schlagen könnte. Dann würdest du mich doch nicht schlagen, oder? Hier, mein silberner Playbutton. Dein silberner Playbutton. Dein silberner Playbutton. Für 100.000 Abonnenten. Yay. Okay, der nächste kommt sicher bald. In Kürze. Wenn ich hier weiter so aufnehme und filme und edite. Ich habe hier 5 Videos, 10 Videos, 20 Videos produziert. Das glaubst du gar nicht in der Zeit. Da hast du wahrscheinlich hier noch gar nichts. Fö. Hier. Zack. Dann noch eine Wand. Und... Zack, du bist bald die erfolgreichste YouTuberin auf dem Server hier. Das stimmt. Obwohl hier noch einer mit 3,2 Millionen rum sitzt. Oder mit 8,6 Millionen. Ja, okay. Na gut. Okay. Wende. Oh, okay. Oh, cool. Jetzt hast du ein richtiges Gaming-Zimmer. Jetzt habe ich ein richtiges Gaming-Zimmer, ja. In einem großen Zimmer kannst du nicht aufnehmen, weil es heilt. Kannst du gar nicht. Das ist furchtbar. Ich hatte am Anfang, als ich meine Wohnung noch nicht mit Möbeln hatte, unmöglich. Also bald bin ich hier wirklich der erfolgreichste YouTuber auf dem Server. nur noch übertroffen von 8YGGJ647. Großer, bekanter YouTuber. Oh mein Gott. Was? Ich habe hier meinen Computer gerade geupgradiert. Ich habe jetzt zwei Monitore. Eine Gaming-PC mit RGB-Lichtern und einem... Die Tastatur sieht aus wie meine. Die sieht aus wie meine. Das ist original die gleiche, die ich habe. Jetzt kann ich hier zwei Videos gleichzeitig aufnehmen und schneiden. Pass mal auf. Ganz klar. Hier, guck mal. Links, grün und rechts. Jetzt 350. Nur noch ein, zwei Sekunden. Jetzt kaufe ich doch endlich mal den nächsten Dropper, Ronja. Du hast genug Kurs. Oh, ich habe genug Geld für den Dropper? Okay, die Couch ist 10.000. Äh, hier. Der Dropper kostet 15.000. Und der nächste kostet 35.000. Warum ist denn immer alles so teuer? Hier, Wuche. Die Gelddruckmaschinen, gell? Die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die werden immer... Ja, aber guck mal, wie schnell das jetzt geht. Du hast schon 4.000. 5.000. Vor allem mit dem Upgrade, da wird das sicher... Oh mein Gott. Das wird so viel Geld. Das wird so viel Geld. Hier sind wir nochmal 6.000. Hier. Ah, nee, ich habe immer noch kein Geld. Ah. Das kann ich rechnen. Ich bin ein kleiner Dummi. Aber das ist okay. Da alles, was ich mache, Videos, Filme und Gelddruckmaschinen kaufen sind. So, wie viel Geld kriege ich jetzt hier? Wofür wird das so ein Blog? Uh, 2400 wird aus einem großen YouTuber-Blog. Klasse. Die Videos filmen sich mittlerweile von automatisch. Und ich kann ab einer Million hier den goldenen Playbutton kaufen. Ich finde es gut, dass das nicht weggeht. Weißt du, dass deine Subs nicht verschwinden, wenn du Sachen dafür kaufst. Ja. Das fände ich sonst nicht so gut. Hier nochmal kurz ran, um nochmal hier aufzunehmen. Und dann haben wir den goldenen Playbutton schon. Wuuuuh. Jetzt brauchen wir den noch. Hey, voll cool. Der ist groß. Der ist groß. Der ist fast so groß wie du. Bist du mein dritter Playbutton? Bist du der, den die Custom machen irgendwann? Weißt du auch? Richtig, ja. Stell dir mal vor, du kriegst irgendwann, weißt du, einen von diesen Custom-Leuten. Und die machen dir einfach dein Gesicht. Und dann... Das wäre, ich meine, das wäre immerhin was. Weißt du, wenn ein Besuch kommt, kann sie sagen, guckt mal hier. Das ist mein Gesicht. Wie schön. Mein Fernseher kostet 1,8 Millionen Subs. Muss man für den Fernseher. Muss man für den. Ich habe einen guten Fernseher. Ich habe keine 1,8 Millionen Subs. Guck mal, wie viel Geld ich habe. Das ist ein zweiter Stock. Oder der Upgrader hier. Zu spät. Zweiter Stock. Okay. Zweiter Stock. Aber ich komme nicht hoch, weil ich da keine Treppe habe. Das ist ja Mucher. Mann. Wie soll ich mir denn so gucken. Das ist es nicht. Wir wurden hier gerade gescampt. Hallo. Ich glaube, es ist soweit. Treppen. Hier. Nein. Wolltest du noch weiter springen? Ich wollte noch weiter springen. Verstehe. Aber die ist gerade so schön. Oh, nee. Der kostet 20. Äh. Hm. 20. Das ist natürlich recht viel. Habe ich jetzt nicht. Dann muss ich weiter aufnehmen. Es tut mir leid. Okay. Ich habe jetzt hier wirklich eine Weile geschuftet. Ich habe 3,7 Millionen Abonnenten. Du bist auch schon die Zeitgrößte. Obwohl du gar nicht arbeitest. Einfach weil alle anderen abhauen. Und ich kann mir jetzt hier ein bisschen Akustik kaufen. Beziehungsweise Akustik schauen. Und einen besseren Fernseher. Uh. Sofa leider nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Aber einen besseren PC. Uh. Okay. Okay. Jetzt hat es endlich kein Halbär. Und mit 3 Monitoren. Und. Was. Viel wichtiger. Die Geldmaschine. Kann ich jetzt weiter. Die Gelddruckmaschine. Die Gelddruckmaschine. Ich meine, irgendwie muss man sich ja auch ernähren. Und. Ne. Ich denke. Wir alle wissen wie. Mit der Gelddruckmaschine. So. Hier Dropper. 150.000. Habe ich genau richtig. Gar kein Problem. Hier 45.000. Zack. Kitschum. Und der nächste. Und der nächste. Hey. Du stehst da drauf. Du verstopfst den Dropper. Das stimmt. Du verstopfst meinen Geldfluss. Nicht. 45.000. Für ein so ein Ding. Ja. Das geht ja gar nicht. Ich drücke hier gefälschte goldene Playbuttons. Hast du ein Problem damit? Und die lassen sich prima auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Guck mal. Jetzt kannst du dir auch hier für 100.000 die drei Fragen stellen. Okay. Dann kaufe ich mir hier. Uh. Den Sims Kristall. Oder? Okay. Was kann der? Speed. Ich bin schneller. Bin ich das? Siehst du das? Ja. Dann ist man. Er heißt Speed Crystal. Ja doch ein bisschen. Man ist ein bisschen schneller. Okay. Nicht viel. Aber. Oh. Jetzt kann ich hier endlich auf dem Laufband. Oh. Jetzt hast du eine Chance gegen das Laufband. Meinst du? Okay. Das nächste. Mystery Item. Glaub ich mir nicht. Weil das kostet 1,5 Millionen. Die kleinen Gierigen hier. So. Flur. Ne. Flur nicht. Wie heißt das? Boden. Bodenbelag. Eine Wand kann ich mir nicht leisten. Dropper für 500.000. Ich glaube es ja nicht. Oh Mann. Das ist ja wirklich frech. Da kann ich jetzt mal ein paar Pflanzen kaufen. Noch mehr Pflanzen. Na gut. Kann ich mir nicht leisten. Aber okay. Hast du mich gerade schon wieder angegriffen? Ich? Ich habe jetzt auch Licht. Pass mal auf. Jetzt habe ich auch Aufnahmen mit Licht. Jetzt sollten die Subscriber in die Höhe schießen. Auf jeden Fall. So. Zack, zack, zack. Aua, 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 aua. Oh nein. Oh Mann. Da ist ja jetzt. Wenn ich mich deinen YouTube-Kanal hier. Danke. Das ist meiner. Okay. Gut. Dann war es das mit dieser Folge. Izzy hat jetzt meinen Kanal übernommen. Ist okay. Damit ist sie jetzt hier. Abonnieren unbedingt. Den höchst, äh, den höchst abonnierten YouTube-Kanal hier in diesem YouTube-Roblox-Tycoon. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert tatsächlich gerne ihren und auch meinen Kanal im echten Leben. Und nicht nur, ähm, im Spiel. Das wäre cool. Dann können wir uns auch eine bessere Gelddruckmaschine kaufen. Das wäre eigentlich so ein bisschen ein Ziel von mir. Eine bessere Couch, weißt du. Okay. Dann hat's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.